HORROR Manch einer hat Angst vor Teddybären, die dir deine Pizza-Slices klauen wollen. Andere davor, dass die Behörden deinen Browserverlauf checken. Und ich wiederum habe Angst vor Russland. Bite of 807, der war eigentlich schon 86. Doch! Und dann gibt es ja dann noch die Horror-Games. Die es immer wieder schaffen uns die wirklich bedrohlichen Elemente der Gegenwart nahezulegen. Wie zum Beispiel... Und andererseits... Dinosaurier. Tja, bin ich persönlich jetzt auch noch nicht dazu gekommen, mich davor zu fürchten. Ich war ja mit anderen Sachen beschäftigt. Ich muss immer wieder zum Schalter gehen. Okay. Alright, so. Aber hier sind wir in Oakwood. Der Streichelzoo für alle Leute, die nochmal wieder was spüren wollen. Spüren möchte ich an dieser Stelle auch gerne euren Daumen nach oben. Rundlich sexy. Das macht mich nämlich sehr happy. Überall. Und wenn ihr da noch ein Abo dalassen könntet, damit ihr vor euren Freunden behaupten könnt, ich habe ihn abonniert in einem Land vor unserer Zeit. Würde meine Dopaminausschüttung bombastischer einschlagen als jeder Meteor, der die Erde trifft. Hmm... Hey, Maddy. We're almost at the campground and about to lose reception, so I just wanted to check in. It's so beautiful out here. Just keep following that logging road till you see the sign for Oakwood. It's been abandoned for a while, so hopefully it's not too hard to miss. We're supposed to lock the fence behind us, but we'll leave the key out for you. Be safe on your way up here, and we'll see you tomorrow. Can't wait. Okay, kleines, Daddy ist auf dem Weg zu Camp Oakwood. Ein Park, schon lange verlassen, deswegen sollte er nicht zu übersehen sein. Das war prinzipiell, was sie gesagt hat. Frag mich nicht, wo der Zusammenhang ist. Das ist und bleibt ein Rätsel. Ey, einmal so viben wie diese Grashalme und mein Leben wär komplett. Ja, herzlich willkommen, Freunde, auf dem Weg der Funk-Netzbereich-Störung am 8. Juli 2018 in der Central Coast Region in British Columbia, wo gut und gerne mal Parks sehr lange Zeit verlassen werden und dann plötzlich Dinosaurier erwachsen wie eine Brennnesselplage und ich den Salat habe und die ganze Schoße jetzt ausbahnen darf oder irgendwie so. Äh, gut. Ich hab ne Weile nichts zu tun, der Haushalt ist gemacht, die Blumen gegossen. Also presse ich mal den linken Shift-Button, um zu rennen und frage mich, wann sie mir denn endlich WASD vorstellen. Oder dass ich mich mit der Maus umschauen kann. Es bleibt spannend. Ich soll nur der Straße folgen, ähm, der Eingangsbereich soll abgeschlossen sein, aber sie werden einen Schlüssel für mich irgendwo da draußen platzieren. Glow in the Dark Zettelchen, auf denen nichts steht. Also, ich hab so einen Stift, um diese Geheimschrift zu entschlüsseln. Hey, Maddy. Ach, ich bin nicht Daddy. Ich bin Maddy. Ach so. Okay. Gut. Bin da flexibel. Du bist auf dem richtigen Weg. Folge einfach dem Pfad. See you soon. Chuchu. Okay, ähm, dann will ich mal weiter mir die Füße schlammig treten und einfach nur auf den Moment warten, bis ich in großer Erwartung spitze Zähne in meinen Nacken bohren. Der Augenblick, auf den wir alle warten. Ist der eigentlich auch runter, oder? Ich hoffe, ich glaube, ich denke, ich bin richtig. Oh, hier ist irgendwie was. Eine Struktur von Menschen errichtet. Mit dem Buchstaben O, A, K, W, O, O und D in dieser Reihenfolge darauf. Und wenn wir uns nicht den Fuß gebrochen haben, so laufen wir noch heute darauf hinzu. Attention, attention. Lebensgefahr. Äh. Irgendwer hat mir ein Schlüsselblatt gefahren. Junge. Das Ding ist gut und gerne 15 Zentimeter groß. Da rutscht mir eine Hose, wenn ich den in die Tasche stecke. Alright. Für die Sicherheit ist es sorgt, Freunde. Oder was will uns diese Szene sagen? Keine Ahnung. Der hätte es auch eigentlich gar nicht abschließen brauchen, to be honest. Vielleicht will das Spiel uns einfach auch erklären, wie man mit Dingen interagiert oder so. Das ist ja... Ja. Da kann man schon mal Lob aussprechen. Ähm. Vermisst Robert Lowright. Er wurde zuletzt gesehen, ähm, auf dem Seeker Trail, während er fischen gegangen ist, am 9. Juli. Und wenn du irgendwelche Informationen hast, dann soll ich Woodpine Park Services kontaktieren. Okay. Alles klar. Halt ein bisschen doof in einem Gebiet ohne Empfang, ne? Hier komme ich doch irgendwann rein. Ich muss, glaube ich, die Bretter abkriegen. Mit Hilfe eines ganz bestimmten Utensils. Nein! Verdammt! Die Musik kam wohl aus meinem Handy oder so. Spotify hat den Geist aufgegeben. Pfeifen. Pfeifen. Entschuldigung. Das Camp ist wirklich verlassen. An. EmilyRawrence98. At qmail.com. 4. Juli 2018. Also vor einigen Tagen. Tag der Ankunft 7. Und am 8. ist dieser Typ verschwunden. 7 Gäste für 3 Nächte. Ähm. Anleitung. Folgen sie dem Burn Trail für 13 Kilometer nach Green Lake. Find logging road on North Shore. Follow logging on 8 Kilometer. Use the key. Send in the mail to unlock the gate. Den habe ich ja vorhin gefunden. Please lock the gate behind you. Und schmeißen sie den Schlüssel über den Zaun. Haben sie einen wundervollen Trip. Oh ja. Dass das ein unvergessliches Erlebnis wird. Daran hege ich einfach keine Zweifel mehr. So. Hier sind noch ein paar Dinge. Die ich natürlich da lasse. Weil einfach meine Survival Instinkte nicht anspringen. Hot Dogs. Brötchen. Marshmallows. Proparenkanister. Eier. Bacon. Kaffee. Filter. Insektenspray. Und eine Boombox. Kein Camping Trip. Und ein bisschen Mucke. Sonnenlotion. Und noch ein Zettel. Ruf Maddy an. For Woodpine Ridge. Keine Reception in Oakwood. Jemand war sehr sehr unglücklich darüber. Dass ich hier den Müll durchkämme. Auf der Suche nach brauchbaren Hinweisen zum Verbleib meiner Liebsten. Ah. Eine Axt. Die ich natürlich liegen lasse. Aber. Weil. Ich. Einfach bestens in so einer Situation weiß was zu tun ist. Oh mein Gott. Carter ist so ein Idiot. Ich kann nicht glauben dass wir so viele dumme Gadgets eingepackt haben. Ey ich liebe Gadgets jo. Ohne Reise-Gadgets wäre ich so aufgeschmissen. So Campingkocher in Mini-Format. Packwürfel für meine Packwürfel alter. Sowas brauche ich. Und das legendäre 500 in einen Kombi aus Taschenmesser und Wohnwagen. Ey reist nur mit mir. Ich sag's euch. Es hat Vorteile. Es ist ziemlich süß. Aber einer der Radios die er uns gezeigt hat. Funktioniert nicht mal lol. Erinnere dich dran. Du hast ihn eingeladen. Wow. Shaming über Zettel. Das ist also wie erwachsene Leute hier draußen miteinander kommunizieren. Also. Ich hoffe mal. Den wird irgendwie nichts Schlimmes widerfahren. Ich glaube dann werden die mächtig aufgeschmissen. Der Schrei kam aus dieser Richtung. Ich geh mal davon aus. Ich muss da mal nachsehen. Autsch. Ich kann da nicht mehr hoch ne. Oh nein. Was bin ich aufgeschmissen jetzt. Was. Na toll. Ich dachte ich komm da irgendwie in die Hütte rein. Hier sind noch. Ne. Batterien sind es nicht. Das sind Dosen. Kann man ja mal verwechseln. Okay. Da ist noch ein Häuslein. Boop. Oh wow. Alter. Die Kniebeuge von der. Heftig. Ich glaube es sind sie oder? Sind das Toiletten im Wald? Hallo? Was haben uns die alten Pioniere damals gelehrt? Als wir mit ihnen über die Steine des Weges ritten. So Laub zum Abwischen passt doch wohl auch oder was? Komm. Back to the roots. Alter. Was ist los mit euch? Seid ihr Camper oder seid ihr Weicheier? Oh. Was haben wir da? Ein Totem. Cool. Ich hab zwar nichts zu essen aber ich kann Satan beschwörmen. Warnung. Das Leitungswasser ist äh kommt aus dem See. Und ist nicht behandelt. Alles klar. Sie müssen es abkochen für mindestens eine Minute. Bevor sich die Zehen damit putzen. Bevor sie trinken. Oder äh damit Food säubern. Hm. Aber es ist ganz cool. Über sowas mach ich mir eigentlich normalerweise gar keine Gedanken. Und dann bin ich's wieder der der stirbt. Ja. 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 Ihr habt recht. Ihr habt recht. Ähm. Ansonsten leider nichts. Vielleicht auch Gott sei Dank nichts. Bin mir nicht sicher. Ich geh hier einfach mal weiter. Keine Ahnung ob äh ich wieder zurück soll. Aber wie gesagt. Oh wow. Genau. Ey. Beim nächsten Mal nehm ich mir sowas von Schlitten mit. Die haben mir alle 5 Minuten ne kleine Rastpause eingelegt oder was. Hä? Wie darf ich mir das vorstellen. Okay. Hier wurde gespeichert. Das heißt. Gleich knabbert mir irgendwer die Ohrläppchen ab. Ich bin schon. Ähm. Also wenn es irgendetwas ist wie zum Beispiel. Weiß ich nicht. Was recht großes Eidechsenartiges mit langem Schwanz und Zähnen. Ähm. Dann. Scheint es. Scheint es. Scheint ihm irgendwie bei meinem Anblick der Appetit vergangen zu sein. Ich glaube das ist nicht wie sich ein Dinosaurier verhalten würde. Ich glaube das ist wie sich ein Dinosaurier verhalten würde. Au. Da. Mein Gadget. Und mit einem Handgriff ist es wieder ein Taschenmesser Leute. Ihr glaubt es nicht. Oh. Ist es Giga T-Rex? Wo ist er? Oh. Ich sehe nichts Alter. Oh mein Gott. Das sind doch wohl keine Fußschritte. Junge. Die Welt der Dinosaurier muss laut gewesen sein. Danach eine Bananenschale. Wer hat da die Banane hingelegt? Oh. Ich bin. Wurde ich erschlagen? Die Tür ist verschlossen. Äh. Ja. Alles klar. Jetzt ist es halt hier heller. Aber. Oh. Oh nein. Nein. Es ist Dinnerzeit. Und Klein Sef steht auf dem Speiseplan. Oh mein Gott. Toll. Okay. Schere, Stein, Papier. Wer mich fressen darf. Ja. Also wer hier auf jeden Fall. Ich mach das nur um mich über seine kleinen Hände lustig zu machen. Deswegen. Wolltest du mir nur deinen Karies zeigen? Oder was war das? Bin eigentlich. Ich will mich ein bisschen beleidigt jedes Mal, wenn ich nicht gefressen werde. Ey. Ich nehm so Sachen persönlich. Tu es jetzt und tu es hier. Oh Gott. Du weißt auch nicht wie du... Du brauchst einen Dosenöffner, ne? Hab ich recht? Ja. Schon doof. Hallo. Soll ich mir das Licht ausmachen? Oh. Oh shit. Entschuldigung. Ich wollte nicht lachen. Oh Mann. Der ganze Trip besteht daraus, dass ich permanent eine auf die Mütze krieg. Press F. Do you use your flashlight? Ich glaube es ist keine gute Idee so allgemein hin. Oh shit. Oh what? Da stand doch vorher kein Haus. Wo hat der mich hingeschleppt? Der ist einfach fort. Als würde der mich nicht riechen. Oh. Okay. Ich habe diesen kleinen Götzen. Kann ich den hier irgendwo platzieren? Oh quats. Oh quats. Lodge. Communication Hall. Äh. Community Hall. Na dann. Ich bin gespannt wie ich mich da drin antreffe. Vielleicht wird da ja jemand mit mir stärisch da in Papier und so spielen. Ich habe auch nichts gegen eine Runde. Mau Mau. Bisschen langweilig hier draußen. Und mein Magen ist auch noch leer. Alter. Also denkt euch was aus. Wenn ich schon horrende Summen für so einen Trip bezahle, dann muss ja auch das Unterhaltungsprogramm stimmen. Scare Faktor. Hm. Man hat sich stets bemüht, sag ich mal. Heutige Aktivitäten. Freeze Tag. 9 Uhr. Ring Toss. 10 Uhr. Spaghetti Lunch. Nun. Arts & Crafts. Geil. Klingt doch Hammer. Ich komme nur leider zu spät zur Party. Thor's Locked. Alter, ist das... Sieht aus wie so eine typische Indie Horror Mental Asylum Map. Was haben wir da? Geschichte der Leute von Wood Pine Ridge. Klassiker. Sollten sie auch im Bücherschrank haben. Unbekannte Exemplare von Tieren. Also von Tiercode. Wurden auf dem Seeker Trail gesichtet. Dr. Hillheimer der Universität kam zu ähnlichen Ergebnissen. Er hat ähnliche Funde gemacht. Vor sieben Jahren. Als er diese Region, ja, beobachtet hatte. Okay, das... Die haben das im Laboratorium untersucht. Aber das, äh... Sie konnten es irgendwie nicht zuordnen. Mein Verdacht hat es hier als wahr ausgestellt. Vielleicht ist hier irgendwie ein geschlossenes Ökosystem. Natürlich, das hat noch nie jemand gesehen. Hier ist noch nie jemand mit dem Flugzeug drüber geflogen. Und wurde irgendwie ein Hals mit sehr vielen Zähnen entgegengereckt, ne? Klar. Ah, warte mal. Warte mal. Ist das so ein Beschwörungsscheiß? Season Rituals, Pacific Coast Inheritants. Die indigenen Menschen waren das, ne? Die haben hier... Die haben hier die Dinosaurier wieder erweckt, alter. Aus nem Ei. Ne Figur aus Stöckern. Und nem Tanz. Und schon haben wir nen Schlamassel. Dank nochmal. Ey, wer auch immer den Ursprung Saurier ausgebrütet hat, ich hoffe, du schmorzt in der Hölle. Mal Mail Office. Äh, uh. Gibt's hier was Schönes? Ne, gibt's noch nen Zettel. Äh, Klaas Sein Abschied. Warum muss ich das lesen? Warum ist das spannend? Okay, ich bin jetzt hier wieder am Anfang. Okay, alles klar. Ich hab einmal meine kleine Runde rundherum gemacht. Das ist ja alles miteinander verbunden. Ich schätze mal... Ich muss so ne Art Schlüssel finden. Und dann... Kann ich eine dieser Türen öffnen. Aber... Aber wo? Ah! Das Sesam, das ich öffnete. Ach... Unique Flora. Ah, ne eigene Temperaturzone, eigene Pflanzenwelt. Muss es doch irgendwo nen Key geben. So unsichtbar sind die ja eigentlich auch nicht, ne? Oh. Was? Wo? Wo kam der Sound her? Äh... Liebe Mom und Dad. Kann ich bitte nach Hause? Kann ich zeitig aus dem Camp nach Hause gehen? Es macht keinen Spaß mehr. Jeder macht sich Sorgen über so ein paar Kids, die verschwunden sind. Und wie... Uns wurde nicht mehr erlaubt draußen zu spielen. Hm... Hm... Oh! Well... Nach Hause ist er wahrscheinlich nicht mehr gekommen, der kleine Fridolin. Nein? Oh... Oh... Ist jemand da? Ich habe keine Kugeln von hier. Das hat wirklich funktioniert. Ich kann nicht mehr in diese Sache gehen. Ich bin sicher, Dylan. Ich glaube, ein Ton ist in der Lager. Was war das? Also wenn sie ja anfangen, Kinder verschwinden zu lassen, also dann... Also... Weißt du? Das ist ein Fall von nationaler Tragweite bald. Und... Und wieder mal bin es ich, der hier noch ist. Weißt du wie? Als ob da nie ein Funkspruch durchgekommen ist, bevor es einen Massaker gab. Hm... Schalten sie alle Druckrohre, also Pressure Pipes... Wie kann man das übersetzen? Und... Transmission Lines. Oh! Soll das alles ausschalten? Stellen sie sich ja, dass alle Fenster verbrettert sind und die Türen verschlossen. Hm... Interessant. Ich frage mich immer, ob mir das was sagt. Ob ich dann, äh... Irgendwas an den geeigneten... Oder besagten Orten suchen soll, oder so. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie das hier dicht machen. Ich, ich, ich auch nicht. Also... Für mich klingt das nach einem... Nach einem deutlicheren Abenteuer als, äh... Weiß ich nicht, äh... Spaghetti Noon Lunch, oder? Vor den verschwunden... Verschwindungen... Ähm... War das hier der beste Sommer meines Lebens. Ich vermisse diesen Ort. Ja, dieser Ort vermisst auch ein paar andere. Die Berge, die Flüsse, die Vögel, die coolen Fossilien. Ja, und manche laufen sogar noch rum. Aber vor allem die Leute. Ich hab lebenslange Freunde hier kennengelernt. Ich hoffe, wir... Äh... Verlieren uns nicht aus den Augen. Manche verlieren andere Sachen als Augen. Oh. Ich hab... Nicht mal einen Schlüssel gesehen. Das ist gut. Ey, macht's euch eigentlich was aus, wenn ich nicht jedes Witzelchen hier lese? Weil irgendwie... Weiß nicht, also... Manches ist halt nicht so informativ. Und ich glaube, ich kann das ganz gut überfliehen. Also es ist ja auch klar, was Sache ist, ne? Oh, schade. Ich dachte, da läge ein Kopf drin. Mann, immer werde ich dieser Tage... Irgendwie... enttäuscht. Darf ich reden? Von Toiletten in Indie-Games. Früher lagen da Köpfe... Erstgeborene... Und alle meine Träume und Hoffnungen drinnen rum. Ja, mindestens ein Jumpscare. Aber heute? Ich weiß nicht. Ich bin zu verwöhnt oder so. Was denkst du, was mit Jakob passiert? Mike hat gesagt, ein Bär hat ihn geschnappt. Wie eine Art Grizzly. Warst du nicht mit ihm befreundet? Das sind alles sehr, sehr sensible Nachrichten. Die können doch alle nicht reden, ne? Die schreiben sich nur Zettel. Counselor Tom hat gesagt, es passieren hier schlimmere Dinge, als nur, dass Kinder vermisst werden. Sogar ein paar Erwachsene, die verschwunden sind. Also... Das ist jetzt schon der siebte oder siebte Person. Ron hat geglaubt, es sind Bären. Ja, Ron ist ja auch ein Weasley. Und Matt glaubt, es sind Wölfe. Weiß ich nicht. Ich bin fast ertrunken in dem See. Du bist einfach nur ein Trottel. Und Jakob... Der... Der hat Probleme zu schwimmen. Ich glaube, es sind alle irgendwie am Grund des Sees geendet. Natürlich. Der Menschenfressersee. Vielleicht ist es ja Nessie. Oh, hier haben wir auch noch was. Oder... Wait. Jumpscare. Schade. Kommt die hier auch nicht rein? Oder wäre das eine Möglichkeit, hier voranzukommen? Wir müssen ja auf jeden Fall hier hin. Richtig? Irgendwas muss ich noch finden. Also ich gehe mal davon aus, hier sind keine Dinos-Game. Weil... Das ist ein bisschen jetzt ein Fail, ne? Die haben etabliert, dass es hier nichts gibt. Außer die Bedrohung durch Saurier. Die erwarte ich jetzt nicht unbedingt in der Turnhalle. Insofern ist es ein bisschen Fail, mir Angst einjagen zu wollen. Oh, vielleicht gibt es ja... Es gibt ja auch noch so kleinere, ne? Die in Gruppen angreifen. Stimmt. Die könnten sie hier rein verfrachten. Jetzt, wo ich schon das Spiel speichern sehe. Was ist... Was haben wir hier? Ey, als ob ich das nicht zur Verteidigung nehmen könnte. Junge, ich nehme diese Zettel und ich glaube, ich verstehe einfach kein Wort. Stay low and move quick. Wieso? Au! Deswegen! Wo war denn da was? Was? Ich habe ja auch nicht gesehen! Ah! Ein Schwanz! Der ist mir nicht aufgefallen. Sorry! That's what she said. Und wo ist was? Was macht ihr hier drinnen? Ich meine, gut. Echen Saurier würde ich auch in der Cafeteria umher stratzen. Das macht er schon smart. Ist schon okay. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Oh, es sind zwei! Well, fuck! Seid ihr kurzsichtig? Was? Jäger! Predatoren, die Millionen von Jahren auf dieser Erde als Raubtier unterwegs waren und alles gerissen haben, was ich ihnen in den Weg stellte. Aber ich mit meinem stinkenden Achselwasser kann hier einfach langen, Alter! Natürlich! Ich habe wahrscheinlich... Ich habe die bestochen oder so. Die können mich auch nicht riechen! Weder sehen noch erschnüffeln! Na klar! Genau das, was ich erwartet habe quasi. Okay. Ich muss hier lang? Ich muss hier lang? Also, oder? Aber gehe ich da nicht zurück? Oh nein, hier ist so eine Schwelle. Hier muss ich lang, dann komme ich nicht mehr zurück, ne? Ah! Ah! Wie machen diese Lüftungsschächte Sinn? Das ist ja dumm! Shit! Fuck! Äh, Moment! Ey! Wir haben viele Checkpoints! Ah, shit! Der sieht mich... Okay, der sieht mich sofort! Ah! Ich muss hier versteckt bleiben. Ich kann ja nicht zurück! Hä? Wie soll ich das machen? What?! Wait! Hä?! Okay, 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 okay! Äh, ich muss schauen, wo ich mich verstecke! Oder soll ich rennen? Ich muss rennen! Ach so! What?! Alles klar! Kein Gefühl der Sicherheit mehr für den kleinen Seth! Verstehe! Das war sehr leise! Das war sehr leise! Ey, du musst den Key da drüben suchen, mein Freund! Das ist ein Indie-Horror-Game! Es gibt immer Keys zu suchen! Hab ich den jetzt ausgesperrt? Ach so! Ach so! Arschgeile Nummer! Irgendwann bricht der doch da durch, ne? Wenn dieser... Dieser Snickers-Diva-Hunger kommt! Elektronisch verschlossen! Tja, das ist doof! Aha! Ist sie jetzt elektronisch offen? Puzzles, Leute! Der Rätsel-Spaß! Der Rätsel-Spaß! Okay! Oh no! Ist das Seil, damit ich es beenden kann? Oder? Oakwood Townside Sewers! Die Abwässer! Ähm, zusammen mit der Oakwood Development Group haben wir die Sicherheitsstandards nochmal neu... Ja! Überarbeitet! No Work Maintenance Within Townside Seward Okay! Alles unter eine Supervision gestellt! Von jemand der regionalen Infrastruktur! Safety Community! Ja, was soll mir das denn aber sagen? Also, warum... Warum lese ich das? Wisst ihr, was ich meine? So ich als Spieler? Was soll ich denn damit anfangen? Es ist jetzt so die Bonus-Lore! Aber ich verstehe irgendwie nicht... Warum ich das jucken soll! Also, ich möchte hier gerade einfach nur eigentlich meinen eigenen Arsch hinausbringen! Und ich finde das an sich nicht zu viel verlangt! Mit dem ganzen anderen... Zeug müssen die selber hier fertig werden! Ähm... Ich weiß gar nicht immer, woher es kommt, ne? Oh! Okay! Ich hab's begriffen! Hier ist noch ein Zettel! Anzahl der Fossilen, die in diesem Gebiet gefunden wurden, ist erstaunlich! Nach Monaten des Protests hat sich, äh... Die ODG... Darauf geeinigt... Äh... Ah! Full effort to preserve and the natural... Also... Die wollen halt diese Umgebung schützen, weil halt hier so viel... Ähm... Fossilien gefunden werden! Und wahrscheinlich so eine Sachen wie das Camp und Leute, die ja ständig unterwegs sind... Wanderer... Und so... Die, äh... Die stürmen die Sachen dann! Haben Bedrohungen erhalten! Okay, okay, okay... Alles klar! Äh... Äh... Wer wollte denn... Wer wollte denn da reinfliehen? Und warum sollte ich vor irgendetwas, was da durchpasst, Angst haben? Digi, der kriegt einen Dropkick... Und dann hält er seinen Maul! Was sag's euch? Absolut kein Weg! Über dieses Boot hinüber! Ich hab... Ich hab mir wirklich Mühe gegeben, Leute! Tut mir leid! Ich hatte gestern Leg Day! Mega Muskelkater einfach! Oh shit! Okay, wo find ich denn einen Ort zum Verstecken? Wenn ich jetzt sterben sollte! Also wenn der gleich einkommen sollte! Ich bin versteckt! Du kannst kommen! Sorry, ist besetzt! Ich muss nur... Das realistisch wirken lassen! Hier sollte ich tatsächlich eigentlich relativ safe sein! Ich kann aber die Taschenlampe ausmachen, sonst ist das ein bisschen awkward! Hahaha! Wenn ich hier damit irgendwie umherwedle! Bist er weg? Ich wär mir da nicht so sicher! Blah, blah! Und ich geh jetzt genau... Zu dem einzigen Ausweg, wo das Dings rausgerannt ist! For real? Oh ne! Oh ne! Hahaha! Scheiße! Verdammt! Oh! Da ist es! Ja, weit kann's halt nicht sein, ne? Boah, ich hätte doch die Küchengeräte mitnehmen sollen! Hätte er jetzt irgendwie so einen Messerdrop auf den Kopf gekriegt! So ne geile Ninja-Aktion hier! Boah, das hätte ich gefeiert! Irgendwie so ein bisschen Interaktion, weißt du? Weil jetzt bin ich halt bloß der Blödian im Schacht! Und das... das verbotene Dessert! Ja! Hahahaha! 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 Cool! Hahahaha! Ne wirklich, das war wirklich herzallerliebst! Hahahaha! Was haben wir hier noch? Ah! Sorgt das für die Ablenkung? Wenn die irgendwann piept? Oh, vielleicht muss ich das machen! Könnte sein! Ah, ich hätte echt den Timer auf 10 Minuten gestellt! Verdammt! Ähm... Oh, geht der weg? Wait, 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 wait! Ich glaube, der ist da nicht mehr, ne? Oh! Tatsache! Oh! Right! Zu! Hör zu! Zu, du Idiot! Oh mein Gott! LOL! Oh Gott! Renn, 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 renn! Und die Müll, Möll! In die Müll, in die Müll, Juli... Geil! Das war Level 1! Nein, ihr habt einen Stürmerrest! Ich weiß, ich weiß. Das ist entsetzlich. Aber Handlungen führen zu Konsequenzen, meine Herren Wenn irgendwer das liest Sind Dylan und ich draußen Und suchen nach einem sicheren Ort Um uns bis morgen zu verstecken Es ist nicht sicher in den Wäldern Sie jagen aus den Büschen heraus Seien sie vorsichtig, Zoe So gefährlich kannst du dich sein Wenn du zeigst, dir einen Zettel zu schreiben Dann kannst du eigentlich auch hier bleiben, oder? Weiß ich jetzt nicht Geh einfach nicht dahin, wo Büsche sind Zoe, Alter Was ist denn das hier? A Pool Ich seh ja keine Büsche Okay, da lang oder dort lang? Weiß ich, jetzt hab ich ne Karte? Ne, ne, ich bin der bestausgestattetste Hiker ever Niemand kann mir was vormachen Ich glaub, das führt eh zum gleichen Weg, oder? Am Ende des Tages Hier sind ein paar Büsche Ah Ja, ich glaub, ich wäre da lang gekommen Also ist egal Aber Deft, dann hättest du ein anderes Ende freigeschalten Der muss los, Alter Sein TÜV läuft ab Scheiße, das war heute Nein Hahahaha Etika, mach gleich zu Alright Existieren in Wäldern eigentlich wirklich so Hüllen von Rinden? Wie irgendwie Skins oder so? Wer hüllt denn diese Bäume aus? So ein Quatsch Also wenn ich da gucke, ist meistens noch was drin Noch ne Leiche? Zoe, warst du's? Ne Und der fand nicht mal deinen Finger von hier Zoe-cupcakes in Tumail.com Hey Zoe Schau dir diesen Ort an Ich hab ne random Einladung zu diesem Campingplatz bekommen Was meinst du? Die, äh, äh, also Wegbeschreibung ist angehangen Sieht cool aus M Ah, Zoe ist auch ne Freundin Verstehe Ich kenn die ja alle nicht Aber mir sollen die irgendwie wichtig sein Wie gesagt Mein eigenes Hinterteil ist das, was mir eher Sorgebereit, das sieht so goofy aus Das sieht so goofy aus, Alter Was? Ich bin hier Ey, aber ne, an sich Für so ein Dino-Game Das ist ein bisschen prähistorische Action hier Eigentlich gar nicht mal so schlecht Wie willst du es halt auch anders machen? Außer, dass es auf einmal irgendwo auftaucht Also du könntest halt einen Neandertaler spielen, you know? Oh, ich glaube da, ich glaube da oben kam der Herr Bin mir nicht sicher, aber ich sehe halt auch nichts Ich weiß nicht, wie sie sich das gedacht haben Ey, das wär's ja mal Du könntest einen Neandertaler spielen Eigentlich gar nicht so schlechte Idee, ne? Und dann so dich mit den Ängsten Fuck my life, Alter Und nöten dieser Zeit halt irgendwie rumschlagen Ich weiß, Neandertaler und Dinos Die waren halt auch ein bisschen weit weg, ne? Ihr wisst doch, ihr wisst doch, was ich meine Jetzt mal so von der Vorstellungskraft her Von mir aus auch mit Fucking Säbelzahntigern oder so Ist mir auch egal Oh mein Gott Ah, wo soll ich denn da vorbeikommen jetzt Bei diesen Fickern? Wie denn? Junge, Stealthen bringt nichts Taschenampe aus Abstand bringt auch nichts Hey, dann gib mir doch was zum Verstecken Ich muss einfach rennen, oder? Ich muss einfach rennen What? Und dann kommen die nicht? Oh mein Gott Why? Wer labert hier eigentlich mit mir? Wie seid ihr hier? Wie ist das passiert? Zur Hölle Der braucht Sprit Der braucht eine Kfz-Werkstatt Aber Was weiß ich schon Boah, Junge Okay, ähm Wo finde ich denn hier irgendwie Ganz zufälligerweise Benzin rumliegen? Oh shit, da ist irgendwas Großes Da ist ein Dicker Äh Es gibt absolut Keinen Weg Über diesen Baumstamm Ich hab mein Bestmöglichstes getan Frisst mich hier irgendwas? Junge, so eine Scheiße Ey, zum Glück Hab ich ein Savepoint hier gehabt Sonst wär ich dezent Aber auch nur dezent Ausgerastet Okay Das Ding braucht Benzin Ich denke mal Ich muss es anklicken Sonst spawnt ihr erstmal nichts Ähm Wo finde ich denn aber So ein Kanister Oder Wonach ich auch immer suche Ich weiß es nicht Hier sind nur ein paar Holzstämme Ich könnte hier hinten mal gucken Aber ich glaube Es geht Irgendwie auch nicht zurück Oder? Oh wait Ne, hier geht's nicht lang Ja schade Im Kofferraum Ey, das wär's Da würde ich ein bisschen weinen Ne Ey, hier gibt's auch keinen anderen Weg irgendwie Ich muss quasi hier lang Hier im Busch? Ne Alter Die sind über Ah, hier lang Ah Okay Zufalltelweise noch Winterreifen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was mit der Performance Ah Okay Besser Keine Ahnung Was jetzt hier los war Ich mag es Wie ich immer E drücke Und dann so Einfach so leicht Den Kopf neige Oh, da ist irgendwas Oh, da ist er Erwartet nur darauf Die Prophezeiung Des Zeckels Zu erfüllen Was immer geholfen hat Rennen Ich saß doch So, wie komm ich da jetzt an den Tank? Ich geb den einfach ins Komm Nein Fahr nicht ohne mich Was? Achso Das war der Plan No way Ich dachte Ich falle mit jetzt weg Hä? Ey, das wäre doch die Lösung Oh, Kacke Okay, jetzt aber schnell Uh Let's go Yeah Hier draußen will ich nicht runter Ah, schön Hätten wir das auch geklärt Hätten wir unsere Standpunkte erfolgreich verteidigt Hier werden jetzt überall welche sein Oh Ich renne einfach Ich renne Ich renne Ich renne Warte Rennen hat schon immer geholfen Rennen ist ein Trick Ein Zaubertrick Ich bin Magier Jetzt fragen sich alle Wie macht er das? Wie kann er immer noch leben? Shit Blöd Justen Justen Kein Problem Neujustierung Erforderlich Schnelleres Bein Upgrade Installieren Fuck Fast hätte ich geklappt Shit Achso, hier oben Okay, ich muss Ich muss in die Richtung Ich kann ne Weile vor denen wegrennen So fix sind die nicht Diese großen und gefürchteten Raubtiere Ich weiß gar nicht, wo die sind Oh shit Oh, das war's Wait a minute Die hab ich noch nicht Oh Gott Ich hab's schon wieder getan Wie ende ich denn immer da? Ah Mann, wäre ich doch nur nicht 1,50 groß Oh Okay, scheinbar ist das richtig Ah Das ist ne absichtliche Chase Sequenz Mit niemandem, der mich chast Oh, mit jemandem, der mich chast Oh mein Gott Okay, okay Ein Hoch auf die moderne Entwicklung Auf die Technologie, die immer auf meiner Seite sein wird Den Zähnen Und den Beinen deutlich überlegen Ach Warum fliegen? Irgendwer ist da gestorben Ich hab ihn nicht gesehen Zoe, falls du es warst Zeig mir bitte Oh Gott Ich geh mal hinter mir Äh Ich kann nichts machen, außer Buttons drücken Vielleicht, wenn ich im Zickzack laufe Kann ich die dann verwirren? Das klappt im Videospielen nicht Oh, ach hier Wait What? Der ist mit reingekommen Lol Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin da gerade Nach unten gedroppt Okay, ich glaube Das ist der direkte Weg hier Oh no Oh no Das schaffe ich doch nicht Das schaffe ich doch wieder nicht Gut Ab hier hat er mich vorhin erst gejagt Ja, der ist zu nah ran Da vorne ist die Hütte Ich geh straight rein Oh Oh my god Was sind diese komischen Sicherheitshütten hier? Verstehe ich gar nicht Also was das darstellen soll Ist das, was ich meine Okay, 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 okay Weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's Erzählt euren Dino-Freunden von mir Von dem Mann mit den langen Füßen Von denen, den ich nicht kriegen werde Der, der nicht auf dem Speiseplan landet Oh shit Vielleicht der doch Sie haben mich noch nicht gesehen Die sind blind Oder sie haben Alzheimer Und haben mich vergessen Kann ich denen ein Bein stellen? Und denen ihren Tag versauen? Es wäre so cool, wenn man so Das von oben irgendwie beobachten würde Und dann würde man es immer so Aus diesen Grasbüscheln so Eeeh Hören Oh god Ah Hui Oh shit, Alter Die Sewers Bevor mich meine Eltern immer gewarnt hatten Oh nee Och nee, was Einfach gigantisches Abwassersystem Mitten im Wald Townsite Ja, ja Scheinbar ist das noch an irgendeine Stadt angeschlossen Mein Gameboy hat sich gemeldet Ich weiß immer noch nicht, ob ich das bin Oder jemand, der mich vollsülzt Ich weiß es einfach nicht Und wenn, dann verstehe ich kein Wort Sorry, ich habe den ganz gerne nicht gesehen Warte mal, ich gehe nochmal vorbei Mach den nochmal, bitte Okay Drei, zwei, eins Sching Schade Jetzt ist es so beleidigt Das hat er mir übergenommen Komm Zeig mir ruhig nochmal deinen Schwanz Ach Da war er wieder Gut Alles klar Hab ich gesehen War gruselig Genau in die andere Richtung Oh god Das ist Das ist alles ein Kreis, ne Ah Also Hier Zweimal links Oh Ah Pfeil Okay, ich habe es geschafft Wait, bin ich am Anfang Moment Freu dich nicht zu früh, Seth Es ist so ruhig Ich kann gar nicht am Anfang sein Gut, hier geht es nicht weiter Verrückt Oh, ich sehe es immer nicht Oder lädt das nicht richtig Was ist Was mit meiner Your flesh is dead Deine Mutter is dead Was Oh man In case of emergency Three Flow levers Also drei Hebel Muss ich betätigen Und dann Was macht das mit dem Wassersteigen Weil das will ich nicht, Alter So durstig kann es nicht sein Each flow lever requires A source of power Also ich muss die Sachen powern Und dann die Lever betätigen Oh All right Oh, keine Taschen haben wir gesagt Ich komme hier gar nicht zurück Hi Was ist das? Was ist das? Lol Einfach ein Nachtsichtgerät Innerkanal Natürlich hat er Kurz mal Splinter Sale Geworden Ja, jetzt kann ich aber Jetzt weiß ich aber Emergency access port Is locked mechanically Gate can be opened By Hanging 3 Ja, das weiß ich doch schon Ach, das hat eine Batterie Wie kann man das Wie kann man das abrüsten? Also Ihr seht es glaube ich gerade nicht Hm Gate switch Three power sources Ach, das sind die drei Hebel Da brauche ich Oh, das läuft aber ab Wie kann ich denn das Wie kann ich denn das abziehen? Warte mal Optionen Controls Toggle Flashlights Das Ding ist da halt einfach gar nicht gelistet, ne? Oh, das ist ja ein großer Bock Mist Das finde ich nie wieder Oh nein Hier ist irgendwas Okay Oh shit Oh oh Ich glaube das Mit der Batterie Ist ne Scheiße Nur dazu da Mich zu verunsichern Ja, vergiss dich ja Nach drei Schritten Nur von meiner Existenz Ich korrigiere mich Die da oben Hatten keinen Alzheimer Sondern du Wait LOL Okay Du bist fucking nutzlos, alter Äh Hier Was nen Spaß Oh mein Gott Die haben halt Die konnten irgendwie Keine Versteckmöglichkeiten Oder sowas hier einbauen Also denk ich mal Deswegen haben sie einfach Wait Und jetzt Deswegen haben sie den einfach Übelst useless gemacht Muss ich ganz zurück? I don't know Was mach ich denn hier? Scheiße Wie? Äh Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang Oder was? Junge Ich hoffe einfach Sie hat den Masterplan hier Ich kann es nur Oh mein Gott Ups Der Fall ist tief Vorher kommt noch der Hochmut Aber Konsequenzen gibt's nicht Ich bin hier runtergefallen Und lebe noch Yo Na klar Ich bin echt robust, alter Die würden sich an mir Die Zähne ausbeißen Oh Ich dachte jetzt Ich höre es brüllen Ja Ja, aber da Komm ich nicht durch Ich raste aus Ich raste Komplett aus Hihihihi Oh Gott Rätsel Viel Spaß 2 The Video Game Ja Höhlen hat man noch nicht Schade Werden wir auch nicht kriegen Wir sind wieder im Wald Unknown location Ich weiß nicht wo ich mich befinde Was gut ist nachts Oh Äh Eine Flare Das heißt hier war Kürzlich jemand Oh Gott Madison Is Who I see you from over If you can hear me I'm on the The keys up ahead But be careful There's one of those giant things Somehow I snuck by it Without a noticing I'm gonna go up ahead And see this Is to hide Sleep Okay Hier ist ein großer Vielleicht T-Rex Oder sowas Und ich soll mich Vorbeischleichen Das war die Instruktion Mehr oder weniger Also ich bin das nicht Der das Redet Sondern Die Person Die ich Verfolge Zoe scheinbar I don't know Ähm Hier lang Boah sieht so aus Ey mein Kinn ist echt kurz Vor Vorm Boden Sie Äh Ich bin den Safe Point Haben Sie duckt sich halt Nicht Sie legt sich halt Hin Da nicht lang Fragezeichen Die Flair sagt uns Dass wir richtig sind Kann ich das nicht Als Ablenkung nehmen Okay Ich muss rausfinden Wo das Ding ist Wird ja vielleicht Nochmal spannend Hier Ich bin richtig Wir haben ein Safe Point Rennen hat schon immer Geholfen Leute Da ist das nächste Da komme ich aber Irgendwie nicht hin Ich gehe mal hier weiter War das eine wirkliche Bedrohung Oder war das nur Soll ich das nur glauben Wie ist das Also manchmal gibt es ja in Horror Games So Szenen Die bedrohlich wirken Wo ich aber nicht sterben kann Weil halt Das Skript Das nicht zulässt Das ist was ich meine Mein Assistent und ich glauben Dass wir die Das Gebiet eingrenzen können Wo dieses Abgeschlossene Ökosystem Vielleicht lokalisiert werden kann Alles klar Eine einzigartige Flora Die Alle sieben Jahre Nur blüht Aha Aber Und das Fressen die Oder Was hat das damit zu tun Ich meine Die die mich jagen Fressen nicht Blüten Und die haben auch Mehr Hunger Als alle sieben Jahre Wieder mal Das ist alles In dichten Nebel gehüllt Wohin Hier vorbei Ich glaube Ich kann hier nicht sterben Ne Ich will es nicht zu laut sagen To be honest Ich habe Den Finger von meiner Maus Scheiße Ich wollte meine Maus Loslassen Hier kann er mich nicht sehen Er konnte mich sehen Und gab mir Den 5 FPS Death Screen Of Dune Waaat Hier ist Progress Saved Warum hat er mich So weit zurückgesetzt Was Okay Der Bray hat irgendwie Sensoraugen Warte Ich stelle mich hier hin Ich lasse los Ich fasse nichts an Wenn dann seid ihr Ich kann euch alles In die Schuhe schieben Das geht seines Weges Loll Okay Wann darf ich mich denn wieder Ist das dumm Ist das dumm Oh Gott Das sollte passieren Das war geskriptet Oh Wohin Wo kommt Der überhaupt her Loll Alles klar Na klar Ich habe mit meinem äußerst Gebärfähigen Becken Kurz mal die Höhle Zum Einsturm gebracht Natürlich Er nicht Mit seinen Stampfer Füßen Ich habe lange Keine Flare Mehr gesehen So ein bisschen Bezweifelig Dass das der richtige Weg ist hier Kommt wer What Wie denn Oh Mein Gott Fun Ey Dinosaurier Horrorgames Und der Hammer Ey warte Warte jetzt ab Warte jetzt ab Wenn ich als Sieger hervorgehe Die Katinen Das heißt Katinen Und mit dem Helikopter Werde ich über den Trüberfliegen Und ein schönes Häufchen Direkt auf seine Sturmplatz Meine Damen und Herren Das wird ein Fest Und dann werde ich Da 10.000 Videos Von auf YouTube Hochladen Und dann wird der Mein Sein auf dem Katzen Stirn Zehn Nackte Friseusen Mit Richtig Fäusten Haaren Oh Oh Zehn Ösen Irgendein tapferer Krier ist mir zuvor gekommen, Alter. Was ist denn hier? Oh, boah, ist für eins. Ted Stevens Journal, 97. Das ist doch alles großartig. Ja, same. Morgen wollte ich die verlassenen Höhle auschecken. Das fühlt sich gut an. So weit weg zu sein, mit nur ein paar Freunden. Das ist leicht zufriedenzustellen. Aber was passiert jetzt? Wait, 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 wait. Ey, werde ich am Ende doch gefressen? Dann raste ich aus. Dann kacke ich nicht nur auf irgendjemandem das Stirn, sondern hier direkt auf den Stuhl. Okay, wo geht's weiter? Können wir es übersehen? Dear Mr. Stevens, wir laden dich und sechs andere Gäste ein an diesem Abenteuerwochenende im Oakwood Camp vom 7. Juli an für drei Nächte. Folgen Sie den Burn Trade 13 Kilometer, bla bla bla. Streitet euch drum. Sie brauchen nicht zu streiten. Okay. Oakwood. Wurde besser gesagt. Was ein fantastisches Abenteuer. Also, ich muss sagen, abenteuerlustig war's. Der Service hat mir nicht ganz so gefallen. Drei von fünf Sterben. Gut. Danke, ihr lieben Bosses. Laut. Für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Mal irgendwie zumindest ein bisschen ein anderes Szenario. Ich hoffe, ihr appreciated das. Und wir können uns gemeinsam im nächsten Video drauf freuen, wenn uns die guten alten Geister wieder durch den Mäntel Asylum jagen. So, wie wir's gewohnt sind, Alter. In unserer Comfortzone, sozusagen. Dankeschön für's Zuschauen. Haut rein. Und ciao.